so let's go die neue map leute geht aus wie in einem cartoon western film was hier geht ich glaube die ist klein das gefällt mir schon mal hier werden jetzt 100 prozent welche kommen oder ich bin doch hinter den noise scheiße nicht so nice die lobby ist nice doch habe ich direkt gesehen die mail angeschossen ja was hier rein nein muss mich erst noch finden auf der metro hallo team wie geht es dir heute an dem schönen sonnigen tag findet ihr die neuen maps so jungs vielleicht haben viele von euch die noch nicht gespielt weil ich noch eine ahnung weil ich das video wahrscheinlich schnell rausballern werde und die map noch nicht so lange draußen sein wird zu dem zeitpunkt aber falls ihr die gespielt habt ihr findet ihr die also ich bin seit gefühlt einer minute auf der map und die schon geil kleine maps sind immer geil irgendwie ich glaube ich habe keine aufsätze auf meiner sophie oder ein falsches magazin weil 30 schuss ok doch aufsätze habe ich aber die falschen ich habe kein magazin drauf egal von dem gegner die waffe hier geht mehr ab als meine superi bro ich bin einfach mit der verbesserte geht aus wir versuchen natürlich die haben die dna bombe rausgenommen jetzt gibt es wieder mgb ak die normale nuke mal schauen wie ich das finden werde ganz mir schon denken geil dass man sieht bekommt auch wenn man hinten liegt aber ich werde vermissen dass man so dreifach vierfach fünffach sechs fach sieben fach gefühlt dna bombe raus klatschen konnte wir haben auch an den streaks was geändert man kann zwar mehrere streaks auf einmal bekommen aber deine eigenen streaks zählen nicht zu den streaks im spiel also du musst jetzt mit deiner waffe die dinger machen die killt sonst zählen die nicht dazu ihr wisst was ich meine aber die wiederholen sich looping streaks aber nur mit einer eigenen waffe wo ich challenge den nicht das ist ein dummer freiheit irgendwie jetzt kommt er noch 20 ja hier was hinter mir ich sag doch teame du hast deine augen zu muss deine augen aufmachen mein lieber budi mein süßer brä wir bleiben mal hier so ein bisschen kennen die map noch nicht so gut weiß nicht welche spawns mich erwarten vielleicht sterb ich habe auch keinen bock dna bombe gibt es noch warte mal nicht verwirrt wir haben doch gesagt die wird rausgenommen gibt es aber noch in die normale nuke oder was wird es hier mit euch man drei leute eben ich darf wir wollen es gemeinsam raus wenn leute gibt es auch ja ich wusste es ich sag doch ich kenne ja keine ahnung egal eisiger gecho ich wollte meine superi ändern die schallert eh nicht irgendwie die ist irgendwie müh geworden ich kann mich nicht mal bewegen was da alles angeflogen kommt ist schon krass 61 die waffe von gerade eben die ist gut geworden verbesserte hinter mir oder was ist das für ein laser was hat der typ da gebaut wer auch immer das war krasse klasse man ich wollte gerade raus hier hin und im turnen geben gefühlt habe meine streaking geholt hier gibt es auch ein spawn schon mal gut zu wissen hier auch ich glaube da ist ein fehler in dem patch notstande dass deine streaks nicht mehr zu den streaks zählen der bomb geht raus die farm geht raus mir soll es recht sein 96 kills hinter mir oder ich bin eins vor der richtigen nuke wenn sie überhaupt gibt jetzt mgb ne gibt es nicht soll stand aber den patch not ob irgendwas stimmt hier nicht egal dann eben eine double mgb auf der neuen äh double dna auf den neuen map 109 zu 1 auf euch hat das gameplay gefallen das gegner thema jetzt nicht wirklich so gut besser für mich macht doch spaß auf jeden fall dass wir die map findet dort rein bis zum nächsten mal und tschau bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal